Übersetzung Luna, den zweites Flugzeug, was das hier wirklich bedeutet. Da sehen wir, der Pilot sitzt offen drin. Und wenn Sie jetzt sagen, was hat der denn für eine Zahlen- und Buchstabenkombination da dran? OK, wahrscheinlich Segekunst vorführe. Ja, perfekte Landung. Des Eisvogels. Ja, super tolle Flugzeuge hier. Mit seiner Piz S1T. Hier auf der Faszination Segeflug einmal ein Motorkunstflug. 280 für das Lycoming Motor. 6,07 Meter Spannweite. Die Rollgeschwindigkeit des Kunstflugzeuges liegt unter einer Sekunde. Das heißt, unter einer Sekunde ist der Eimer und die eigene Achse geblieben. Das Pfeifen, was Sie jetzt hören, das sind die Verspannungen der Tragflächenstreben. Und seitlich noch einmal abgestreben, dieses Pfeifen, das kann der Udo leider nicht hören. Das ist der Eier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017